Musik Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Spirit. Jesus hat oft und viel vom Reich Gottes gesprochen. Der Begriff der Kirche dagegen kommt in seinen Worten nur selten vor. Manche schließen daraus, Jesus habe gar keine Kirche gewollt. Was aber ist das überhaupt, das Reich Gottes? Und in welchem Verhältnis steht die Kirche zum Reich Gottes? Das ist das Thema unserer heutigen Sendung. Unser Studiogast ist Pater Gregor Lenzen. Er gehört zur Ordensgemeinschaft der Passionisten und lebt und wirkt in Eichstätt. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Pater Gregor Lenzen. Grüß Gott, Herr Pelster. Das wichtigste Gebet der Christen ist wohl das Vaterunser, ein kurzes Gebet. Nur das Wichtigste steht da drin. Darin ist vom Reich die Rede. Dein Reich komme, heißt es. Nur die Kirche taucht dort nicht auf. Wie kommt das? Nun, wenn Jesus seine Jünger beten lehrt, dann lehrt er sie natürlich, um die wesentlichen Dinge zu beten, wie sie schon gesagt haben. Und die Ankündigung des Reiches Gottes stand ja im Mittelpunkt seiner Verkündigung. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das Reich Gottes ist nahe. Das ist ja irgendwo der Kerninhalt der Botschaft Jesu. Beim Reich Gottes geht es um die Verwirklichung der Heilsabsicht Gottes. Gott will den Menschen das Heil bringen. Er will sie wieder heil machen. Die Menschen, die verwundet sind durch die Sünde. Die Kirche hat den Auftrag, dieses Heil anzukündigen, die Botschaft Jesu weiterzutragen, Werkzeug zu sein für den Anbruch dieses Heils, dieses Reiches Gottes. Sie kommt jetzt nicht dem Vaterunser vor, aber die Kirche ist ja die Gemeinschaft der Glaubenden, derer, die mit Christus vereint sind und in denen Christus lebt und leben soll. Und diese Gemeinschaft der Kirche ist nun gedacht, vom Herrn der Kirche so gedacht, dass sie als Werkzeug für die Ausbreitung des Reiches Gottes dienen soll. Nun sagen aber manche Kritiker, Jesus hat eigentlich nur selten, wenn überhaupt, das Wort Kirche benutzt. Manche sagen, Jesus habe gar keine Kirche gewollt. Was würden Sie auf solche Einwürfe antworten? Gut, es gibt nicht viele Stellen im Evangelium, wo er von Kirche spricht. Es gibt vor allen Dingen diese eine, wo der Herr seine Jünger fragt, für wen sie ihn halten. Und Petrus legt dann dieses Messias-Bekenntnis ab. Du bist der Messias, der Sohn Gottes. Und daraufhin sagt der Herr zu ihm, und du bist Petrus, der Fels. Und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. In dieser einen zentralen Stelle, wo es um das Petrusamt geht, wird aber auch deutlich, dass der Herr selber seine Kirche gebaut hat. Auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Das heißt, der Herr Jesus ist der Herr der Kirche und er hat sie auch immer gewollt als sein Werkzeug. Und man kann die Kirche nicht von Jesus trennen. Sie haben vorhin schon angedeutet, Kirche ist gemeint als etwas wie ein Werkzeug, um das Reich Gottes herbeizuführen, gegenwärtig zu setzen, aufzubauen. Wie hat Jesus selbst denn das Reich Gottes beschrieben? Was weiß man? Er sagt zum Beispiel an einer Stelle, dass das Reich Gottes nicht an äußeren Zeichen erkannt werden kann. Und man könne auch nicht sagen, hier ist es oder dort ist es. Und er sagt dann, das Reich Gottes ist mitten unter euch, beziehungsweise eine andere Übersetzung wäre auch, ist mitten in euch. Und da wird nochmal eine ganz andere Ebene eröffnet. Auf alle Fälle macht er immer wieder deutlich, dass es sich beim Reich Gottes um eine geistige Wirklichkeit handelt. Er sagt auch, dass man von Neuem geboren werden muss. Also diese Neugeburt aus dem Heiligen Geist sei Voraussetzung, um überhaupt diese neue Wirklichkeit des Reiches Gottes wahrnehmen, sehen zu können. Dieses Neugeborenwerden, muss man sich das als einen geistigen Prozess vorstellen? Oder wie ist das gemeint? Ja, es geht ja um die Neugeburt in Christus. In der Taufe zum Beispiel werden wir ja durch den Heiligen Geist gleichsam in den Leib Christi hineingeboren. Also wir werden Glieder am Leib Christi. Und das ist wie eine neue Geburt. Wir sprechen ja, wenn wir von der Taufe sprechen, auch von einer Wiedergeburt. Das heißt, etwas Neues beginnt, wenn ich Anteil bekomme am Leben Christi, wenn ich auf diese einmalige Weise mit Christus verbunden werde, dann habe ich auch Anteil an dem Neuen, das Christus in die Welt gebracht hat. An seinem Geist, an seiner Liebe, an seinem göttlichen Leben. Bei der Menschwerdung Gottes in dieser Welt ging es ja um Neuschöpfung. Und es ist der Wille Gottes, dass wir als Glaubende in Christus eine Neuschöpfung werden. Also es geht um eine Umgestaltung in Christus hinein, dass Christus sozusagen in mir Gestalt gewinnt, dass er wächst und durch mich in die Welt hinein wirken kann. Jesus hat oft auf eine sehr bildhafte Weise gesprochen. Er hat viele Gleichnisse verwendet. Auch wenn er über das Reich Gottes gesprochen hat, hat er wohl oft Gleichnisse verwendet. Was sind so ein, zwei Kennzeichen des Reiches Gottes, so wie Jesus das beschrieben hat? Ja, also eines habe ich schon genannt, der mystische Leib. Also jetzt im Blick auf die Kirche, der mystische Leib. Das Reich Gottes, ja, man spricht auch von einer neuen Gerechtigkeit, die mit diesem Reich Gottes verbunden ist. Es ist einfach, wie gesagt, eine neue Art zu denken, zu fühlen und zu handeln. Der Herr hat ja eine neue Werteskala errichtet. Er selber hat gesagt, dass er in diese Welt gekommen ist, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Dienst als tiefster Ausdruck einer sich hingebenden Liebe. Das zum Beispiel kennzeichnet Reich Gottes. Eine Form von Selbstlosigkeit, wo es nicht mehr darum geht, dass ich nur meinen eigenen Vorteil suche, sondern dass ich dem Heil der anderen, der anderen Menschen diene. Das ist zum Beispiel ein Kennzeichen des Reiches Gottes. Auch natürlich die Sorge um Arme, um Notleidende, um jene, die am Rande der Gesellschaft stehen, dass ich mich für sie einsetze, dass ich ihnen helfe, dass auch sie zum Leben finden und am Leben Anteil nehmen können. Eine neue Gerechtigkeit. Das kommt ja vielleicht auch in einer Szene zum Ausdruck, die ziemlich am Ende des Evangeliums steht. Im Matthäus-Evangelium, die Szene vom Weltgericht. Jesus beschreibt das Weltgericht so, dass der Menschensohn kommt und die Menschen einteilt, diejenigen, die Gutes getan haben und diejenigen, die nicht Gutes getan haben, Böses getan haben. Und er sagt dann, diejenigen, die Gutes getan haben, sollen das Reich in Besitz nehmen. Ist damit das Reich Gottes in gewisser Weise gemeint? Ja, er sagt ja sogar, das Reich, das von Anfang der Welt für euch bereitet ist. Das heißt, ich stehe eigentlich immer vor der Entscheidung, ob ich als Jünger des Reiches Gottes leben will. Und Voraussetzung, um in dieses Reich eintreten zu können, ist eben eine Umkehr. Eine Umkehr meiner Mentalität, eine Umkehr auch meines Fühlens, Denkens und dann auch Handelns natürlich. Und ich kann nur dann in die Jünger oder Bürger gleichsam dieses Reiches sein, wenn Christus in mir lebt. Und damit geht es darum, dass ich mich dem Heil öffne, das Gott mir schenken will in Jesus Christus. Die Welt, unsere Welt wird in dem Maße heil werden, je mehr sie sich diesem Neuen in Christus öffnet und je mehr sein Werk durch viele Menschen hindurch geschehen kann. Und das bedeutet letzten Endes auch Ausbreitung des Reiches Gottes. Wenn wir auf die heutige Weltsituation schauen, dann sehen wir allerdings sehr viel Unheil. Wenn wir zum Beispiel an die Flüchtlinge denken, die von Afrika nach Europa kommen möchten, viele sterben dabei, entsetzliche Not. Wenn wir an den Krieg, die kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten zum Beispiel denken, in Irak, in Syrien, da ist sehr viel Schlimmes, was in dieser Welt passiert. Kann man sagen, dass unsere Welt vielleicht weiter denn je entfernt ist vom Reich Gottes? Nun, wir müssen uns natürlich immer auch im Klaren darüber sein, dass es neben der Heilsabsicht Gottes und dem Heilswirken Gottes in dieser Welt immer auch noch andere Kräfte gibt. die Kräfte des Bösen Geistes, die den Menschen auch in einem bestimmten Reich halten wollen. Es gibt eben auch das Reich des Bösen und wir können es oft wirklich mit Händen greifen, die Existenz dieses Reiches. Und es geht immer darum, dass wir uns bewusst von diesem Bösen abwenden. Es geht immer um Umkehr, um Hinkehr zu Gott, zu seiner Heilsabsicht, den Menschen gegenüber, dass wir wirklich uns öffnen für den Geist Jesu Christi und uns immer mehr von diesem Geist erfüllen lassen, um gegen dieses Reich des Bösen anzugehen. Wir dürfen hier nicht aufgeben. Wir stehen in einem Kampf. Das ist ganz klar, in einem geistigen Kampf. Und man darf nicht resignieren, man darf nicht verzweifeln, sondern im Gegenteil, die Herausforderung ist, sich umso mehr dem Wirken Jesu Christi seinem Leben, seinem Heiligen Geist zu eröffnen, damit das Reich Gottes am Ende triumphieren wird. Was kann man tun, um in diesem Kampf, den Sie angedeutet haben, erfolgreich zu sein, um sich auf die Seite Jesu Christi zu stellen und für das Reich Gottes etwas zu tun? Ich denke schon, dass hier zunächst einmal auch die Ebene des Inneren angesprochen ist. Es geht darum, das eigene Zentrum, das Herz, die Seele, wirklich zu öffnen für Gott. Das ist nichts Selbstverständliches. Der Mensch, der durch die Sünde verletzte Mensch, ist sehr auf sich selbst gerichtet, ist sehr von seinem alten Ego bestimmt, vom Egoismus, von der Selbstsucht. Und daraus entstehen viele, viele Übel, entsteht viel Böses in der Welt. von daher muss die erste Bewegung sein, dass wir uns von unserem Ich wegbewegen auf das Du Gottes, uns ihm öffnen, um seinen Heiligen Geist bitten, damit das Werk Gottes in meinem Leben, in meinem Inneren geschehen kann, damit Christus in mir Gestalt annehmen kann und mich erfüllen kann mit seinem Leben. Und dann werde ich auch Früchte des Heiligen Geistes hervorbringen, dann werde ich auch in der Nachfolge Christi seine Tugenden nachahmen und mich einsetzen für Frieden und Gerechtigkeit in dieser Welt und für jene Liebe, die nur der Herr den Menschen schenken kann. Die Kirche ist ein Werkzeug, so sagt es das Zweite Vatikanische Konzil, ein Zeichen und ein Werkzeug einerseits für die Vereinigung mit Gott und andererseits für die Einheit der Menschheit. Können Sie diese zwei Aspekte noch mal ganz kurz erläutern? Ja, das Werkzeug in der Kirche werden ja auch die Sakramente gespendet. Die Kirche ist sozusagen der Ort, wo das Heil fließt, wo die Quellen des Heiles fließen, wo der Mensch eben auf dem Weg des Sakramentenempfanges, aber auch des persönlichen und des liturgischen Gebetes zu einer immer tieferen Vereinigung mit Gott finden kann. Diese Vereinigung, das muss ja gewirkt werden durch den Heiligen Geist, durch diese Kraft, und diese Kraft wird frei inmitten der Kirche, im Schoß der Kirche, im Heilungs- und Heiligungsdienst der Kirche. Also, das ist zum Beispiel ein wesentlicher Bereich, wo diese Vereinigung mit Gott vorangebracht wird. Und je mehr der Mensch dann auch mit Gott eins ist, das bedeutet letzten Endes auch, je mehr er zu sich selbst, zu seinem wahren Selbst und zu seiner eigentlichen Berufung findet, umso mehr wird er auch fähig sein, in selbstloser Liebe sich mit anderen, mit den anderen Menschen zu verbinden, diese Menschen mit den Augen Gottes zu sehen, ihre Nöte wahrzunehmen, nicht mehr so sehr und in erster Linie an sich zu denken, sondern wahrzunehmen, was die anderen brauchen und so kommt es dann auch zu einer Vereinigung unter den Menschen und zu einem immer größeren Frieden auch zwischen den Menschen. Könnte man sagen, dass die Kirche ein Modell ist für die Einheit der Menschheit? Ja, die Kirche sollte eigentlich die ideale Gesellschaft in dieser Welt darstellen und natürlich wissen wir wie schwach die Kirche auch ist, wie fehlerhaft, wie sündhaft, weil sie aus Menschen besteht, aber das wäre schon der Anspruch, dass die Kirche wirklich und sie hat dieses Potenzial in sich vom Herrn der Kirche, der hinter ihr steht und der in ihr steht, dass die Kirche wirklich zum Werkzeug wird, um viele Völker und Nationen zu einen. Also eigentlich eine sehr attraktive Vorstellung, ein sehr hohes Ideal, für das die Kirche da steht. Sie haben schon angedeutet, die Kirche hat aber auch viele Fehler, viele Unvollkommenheiten, bleibt oft hinter diesem Anspruch, der von Gott an sie gestellt wird, zurück. Viele Menschen wenden sich von der Kirche ab. Im Jahr 2014 sind so viele Katholiken aus der Kirche ausgetreten wie nie zuvor, mehr als 200.000 Menschen. Wie erklären Sie sich das? Gut, das hängt auch mit einer Glaubenskrise zusammen. Die Kirche ist ja nicht einfach nur eine Institution, eine gesellschaftliche Größe. Die Kirche ist im Grunde ein Glaubensartikel. Ich glaube an die eine heilige katholische Kirche, so beten wir im Credo. Das heißt, sie ist eine Glaubensgröße und sie wird auch von ihrem Wesen her nur wirklich im Glauben erfasst. Im Glauben an Jesus Christus. Und nur, wenn ich die Kirche unter diesem Aspekt sehe, unter ihrem mystischen Aspekt, unter dem Aspekt des Geheimnisses sozusagen, werde ich ihr auch gerecht. Wenn ich sie nur als einen weiteren Verein wie viele in der Gesellschaft betrachte, dann werde ich natürlich immer nur an ihren Strukturen, fehlerhaften, sündhaften Verhalten hängen bleiben. Aber wenn ich erkenne, dass die Kirche eben der mystische Leib Christi ist, dass die getauften Glieder am Leib Christi sind, dass Christus das Haupt der Kirche ist und dass er in ihr wirkt und sie als sein Werkzeug eben nutzt, dann werde ich die Kirche lieben, dann werde ich, wie es in einem Tauflied heißt, das auch wirklich aus vollem Herzen sprechen können, Dank sei dem Herrn, der mich aus Gnad in seine Kirche berufen hat. Es ist eine Gnade in dieser Kirche zu sein, zu dieser Kirche gehören zu dürfen, gleichsam Baustein sein zu dürfen am geistigen Bau dieser Kirche und es ist auch eine Verantwortung. Es geht nicht darum, dass ich immer nur mit dem Finger auf die Fehler der Kirche zeige, sondern dass ich mir als Getaufter bewusst werde, ich selber bin auch verantwortlich für das Wirken der Kirche. Ich bin gerufen, nach Heiligkeit zu streben, nach der Vollkommenheit in der Liebe, damit die Kirche immer mehr ihren Dienst in dieser Welt erfüllen kann. Unsere Gesellschaft ist zum Teil sehr kirchenfern. Es gibt viel Kritik an der Kirche, gerade auch in den Medien. Oft ist diese oder wirkt diese Kritik etwas maßlos, überzogen, manchmal auch ungerechtfertigt. Wie sollten wir Christen mit solcher Kritik umgehen? Ich denke, wir sollten uns nicht in eine Ecke drücken lassen. Die Kirche ist in mancher Hinsicht ein Stachel im Fleisch dieser, sagen wir es ruhig, einmal säkularisierten und hedonistischen Gesellschaft, genussorientierten Gesellschaft. Die Kirche hält einfach von ihrem geistigen Erbe, von ihrem Auftrag durch Jesus Christus her bestimmte Wertvorstellungen hoch. Sie ruft oder fordert die Menschen heraus zu wachsen und ihr Leben in entsprechender Weise vor Gott verantwortlich zu gestalten. Und da schließt auch immer den Begriff des Opfers und der Selbstverleugnung zum Beispiel mit ein. Das sind keine beliebten populären Haltungen. Die Kirche sollte nicht stolz werden, aber sie sollte auch klar erkennen, wozu sie in dieser Welt da ist, eben als sein Werkzeug. Und sie darf die Messlatte nicht tiefer legen, darf nicht einknicken vor dem Mainstream sozusagen, vor bestimmten gesellschaftlichen Tendenzen. Sie muss diesen Anspruch aufrechterhalten, denn am Ende wird sie es sein, in der die Menschen wirklich noch Menschenwürde und menschliche Freiheit finden werden. Pater Gregor, das Zweite Vatikanische Konzil lehrt auch, dass die Kirche zum Heile notwendig ist. Wie ist das gemeint? Wie gesagt, im Zusammenhang mit dem Reich Gottes haben wir ja gesagt, Reich Gottes steht für die Heilsabsicht Gottes, für die Umsetzung der Heilsabsicht Gottes in dieser Welt. Gott will die Menschen heilen, er will sie wieder mit sich vereinen und er will, dass sie eine neue Schöpfung werden, dass sie in der Weise von dieser Wunde der Sünde erstarken, wieder neu werden und zu ihrer eigentlichen Berufung finden. Und dazu soll nun die Kirche den Weg bereiten. Dafür soll sie Werkzeug sein, dafür soll sie auch den Raum bilden. Insofern ist sie Werkzeug zum Heil. vor diesem Hintergrund was würden sie sagen zu dem Slogan Jesus ja Kirche nein Ja das hört man gerne und die Menschen unserer Zeit binden sich nur ungern und Kirche steht natürlich schon auch in einer gewissen Weise für Bindung sie wollen lieber frei sein das was Jesus da im Evangelium sagt das gefällt ihnen zum Teil und das finden sie ganz gut und das möchten sie für sich auch so leben aber eben ungebunden und frei und so wie sie das selbst gestalten wollen ohne dass sie im Grunde sich damit irgendwo oder vor irgendeiner Instanz damit verantworten müssten gut das ist besser als nichts aber Christ bin ich ja als Getaufter ich werde ja Christ durch die Taufe und wenn ich getauft bin dann bin ich ja schon in diesen Leib Christi in seine Kirche hineingetauft bin ich Glied dieser Kirche und ich kann mich eigentlich ich kann das Haupt der Kirche nicht vom Leib lösen also Jesus ja Kirche nein ich kann beides nicht voneinander lösen Jesus hat viel und oft vom Reich Gottes gesprochen finden können wir es in der Kirche wie sie uns erläutert haben Pater Gregor ganz herzlichen Dank für das Gespräch das war Spirit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten mal we POL são yes as we we T you that we han we and we we Untertitelung des ZDF, 2020